Spagat? Ja. Wir sind, glaube ich, immer noch am Rang. Ist das alles aufgelöst? Ja. Ah. Bist du richtig, oder? Nein, das ist gut. Ich muss einfach lachen, wenn ich dich anschaue. Die Steh-Lunch haben sich seit Jahren als etablierte Ja, genau. Scheisse. Nur ein Aldi-Guzzli. Mit den Besten. Ich bin so amüsow angezogen für eine Frage. Für den Ramon? Also zwei Fragen? Ja. Also an dieser Stelle schätze ich sehr, dass ich hier sitzen darf und einen Scheitern erzählen darf. Ich will einen Ehrlacher. Hast du nochmals Platz für den Hanni Paolo? Ja. Komm weiter vorne. So. So da. Wir sind komplett verraten. Ist fertig, ist gut. Ist okay. Ist gut. Ja, ist gut. Du siehst eben gut aus. Schau mal da vorne. Ja. Ich habe ein Problem. Nicht mit dem Schil. Ich habe einen Ranzen. Das tut schön ausfühlen. Ja. Mir ist es eben... Es ist sehr verhaltlich straff. Ja. Ich habe auch auf das. So. It's a wrap. It's a wrap. Es sind jetzt alles anders. Und das müssen wir alle noch in Spanien sagen. Oh, dass ihr noch eins habt. Ja, alle einigen. Wir müssen auch hier in der Playboy-Bille machen. Ja, klar. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja.